Hier haben wir den Rückenstrecker, der für eure untere Rückenmuskulatur ist. Ihr habt hier die Möglichkeit, dieses Fußboden nach oben zu vorstellen. Die Beine sollten hier ungefähr einen richtigen Winkel bringen. Ich frage mich so ein Stückchen nach unten. Und dann haben wir hier einen roten Punkt. Der soll eventuell hier auf Bauchhöhe sein. Also für euch geht es auch noch ein Stückchen runter. Ihr greift hier an der Seite wieder die Griffe. Und wir gehen euch nach hinten. Langsam und kontrolliert. Das Gewicht auch langsam abdringen. Am besten ein Stückchen schweben lassen. Wenn ihr das nicht nach hinten drückt, achtet bitte darauf, dass ihr nicht in ein extremes Hohlkreuz fällt, sondern nur so weit euch pflegt, wie es für euch auch noch angenehm ist. Also nicht hier übemäßig weit nach hinten drückt, sondern etwa so, dass der Rücken gerade ist. Wenn es heute nicht nur noch vergangen ist, da wir gerade wieder auf der Seite wieder rauskmaßen vor. Und das führt nur noch einen Platz. Und das läuft nur noch ein Stückchen gut nach hinten.